In diesem Video schauen wir uns einmal fünf Beschwerden und Krankheiten an, bei denen du vor allem auf Milchprodukte verzichten solltest. Mein Name ist Tobias von Knob und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und wir schauen uns erst einmal an, warum die Milch möglicherweise problematisch sein könnte für dich. Und zwar musst du dir halt vorstellen, dass die Milch natürlich in erster Linie für das Kalb gedacht ist, das heißt unheimlich viele Hormone und Wachstumsfaktoren enthält. Vor allem wären hier einmal Östrogene zu nennen und der Wachstumsfaktor IGF. Und die Auswirkungen dieser Hormone und Wachstumsfaktoren sind vor allem im menschlichen Körper relevant für Gewebe, die sehr, sehr sensibel, sehr, sehr sensitiv für die Auswirkungen der Hormone sind. Und das sind vor allem die Gewebe der Prostata, der weiblichen Brust, der Gebärmutter und der Eierstöcke. Das heißt, wenn du sehr viele Milchprodukte zu dir nimmst, kann es sein, dass du zu hohe Östrogenspiegel im Körper hast und letztendlich auch wieder diesen Einfluss der Wachstumsfaktoren aus der Milch hast. Und vielleicht kommst du auch schon darauf, welche Beschwerden oder Krankheitsbilder dadurch entstehen können. Dazu zählt zum Beispiel die Prostatavergrößerung, Zysten im Brustgewebe, Zysten an den Eierstöcken, vielleicht auch in Form des PCO-Syndroms, wo sich unheimlich viele Zysten in diesem Bereich bilden können und auch die Endometriose. Was du auf jeden Fall für dich nutzen solltest, wäre quasi ein Anti-Östrogen-Effekt und das kannst du erreichen, indem du viele Kreuzblütler zu dir nimmst. Das ist vor allem Kohlgemüse wie Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Grünkohl, also eigentlich fast die ganze Bandbreite des Kohlgemüses und diese helfen vor allem dabei, den Östrogenspiegel wieder zu verringern. So, ich hoffe, dieses kurze Video war informativ für dich, du konntest etwas für dich mitnehmen. Falls dir das Video gefallen hat, du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann freuen wir uns riesig über ein Like und ein Abo und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.